So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Unturned. Wir wollten mal ganz kurz eben hier zum Wasser joggen und uns mal eben voll saufen mit leckerem, köstlichem, salzigem Wasser. Die 5 war die Bottle, genau. Wir haben jetzt den Alice Pack drauf geschraubt und nicht mehr unseren, äh, unser guten alten Coyote Backpack. So, mein Digga. Erstmal schön hier die Suppe geslurpt. Ähm, die Suppe geslurpt. So, Prostiger. Danke. Das schmeckt gut, wa? Dreck mal den nächsten hier rein. Der haut einem auf jeden Fall richtig gut den Dorst weg. Fast so gut wie die Armeeration. Apropos Armeeration. Wir haben jetzt gerade Platz und wir haben ja relativ viele Bäume. Da lassen wir uns mal nicht lumpen. Und machen mal gerade was für das Allgemeinwohl und für die Natur. Und, äh, vergehen uns mal an den Bäumen hier. Weil hier stehen gerade so drei Stück nebeneinander. Das, äh, bietet sich an. Und Hick und Hack und Hack und Hick. So, und da ist noch einer da hinten. Das heißt, wir haben vier Stück hier in einer Ecke stehen. Das ist ja wunderbar. Das ist ja, das ist ja ideal. So, alles schön weggehackt. Dann nehmen wir mal alles schön mit. Die guten alten Locks und die guten alten Stickys. Und vielleicht ist ja auch noch die ein oder andere, wie hieß sie? Ne, Krook war, äh, Agrarian Skies. Da muss ich auch mal wieder gucken, ob ich da nicht eventuell mal wieder ein bisschen weitermache. Wäre ja auch mal eine Idee. Okay, sind wir ja eigentlich auch relativ weit gekommen. Schon. Wäre ja doof, wenn ich das irgendwie so. Ja, vielleicht fange ich damit mal wieder an. Das steht im Moment ja nur als pausiert. Von daher, schauen wir mal. Erstmal machen wir hier noch ein bisschen, befleißigen wir uns der Holzfällerarbeit. Vielleicht greife ich sogar irgendwann wieder Minecraft auf. Das weiß man ja auch nicht. So, wir wollten hier mal ganz kurz eben im, äh, China-Ferienlager vorbeischauen. Irgendwann müssen wir mal mit dem Auto machen, damit das mal irgendwie explodiert oder weg ist. Dann kann man nicht so brennt da stehen lassen. Müssen wir, wenn ich da drauf schieße. Das ist mal so doof gefragt. Ich hab nichts mehr zum Schießen, ne. Das ist auch, das ist auch pfiffig dann. Klappt dann natürlich nicht so gut. Hallo, Onkel Sam. Oder waren wir hier schon? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob wir hier schon, da hinten ist ein Rucksack, aber ein scheiß Rucksack. Ne, hier waren wir noch nicht. Einen Bogen hab ich hier noch nicht gesehen. Ein Bonjour-Clip ist mir relativ hupel. Die Binocular sowieso. Wir müssen aber schon hier gewesen sein, weil das ist gerade ein bisschen, wir waren hier schon. Ja, 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 definitiv. Schmeißen wir mal die Moly Potato weg. Wo wir auf jeden Fall noch nicht waren, ist drüben in dem anderen Dorf. Ich glaube aber sogar fast, dass wir da jetzt noch gar nicht hin könnten. Ja, doch können wir schon, klar. Sollten wir sogar vielleicht, wenn ich mal so auf meinen Hunger schaue. Und vielleicht sollte ich mal ganz kurz ein bisschen skillen. Zumindest das, was ich so kann. Dann halten wir vielleicht ein bisschen mehr aus. So, Baum lassen wir jetzt gerade mal Baum sein. Der hat auch ein Recht auf Leben, würde ich sagen. Wie schön, dass unsere Ausdauer so gut ist. Wir sind ja trainiert wie ein Athlet, wie ein Olympia-Teilnehmer. Während Olympia-Rollsieger natürlich. Wir bewegen uns mit einer ungeahnten Elegant vorwärts. Das ist unglaublich. Ich habe ja in der letzten Folge gesagt, diese wird etwas kürzer werden, weil die andere halt fünf Minuten fast überlänger hatte. Wird sie auch. Ich werde es nicht übertreiben. Ich werde gleich mal gucken, wie es gut reinpasst. Und schauen wir mal. Ich muss auch mal gucken, wie lange ich überhaupt noch Lust und Motivation habe, hier anturnt weiter zu spielen. So alleine vor sich hin am Surviven, immer nur mit Beuten und so weiter, ist zwar schon witzig, aber gibt witzigere Sachen, wie zum Beispiel dabei noch irgendwelche Freunde töten. Oder Menschenhirne essen. So Menschenhirn auf Eis soll eine ganz besondere Delikatesse sein. Habe ich noch nicht probiert. Zombiehirn auf Eis ist auf jeden Fall schon mal ziemlich geil, aber naja. Man möchte ja seinen kulinarischen Horizont erweitern. Jetzt habe ich gedacht, dein steht nackt da, aber der ist ja gar nicht... Eine Baulampe, wie schön. Haben wir noch keine. Wie wäre es denn mal im Aggregat? Da drüben steht noch eine Baulampe, wie toll. Ja, wuff. Komm, Fido, holt Stöckchen. Ich habe so Glück, dass ich jetzt Fido und nicht Guido gesagt habe, sonst wäre es schon wieder hier diskriminierend gewesen, wahrscheinlich. Da steht jetzt nicht nur eine Baulampe, oder? Ach, leck mich doch am Zykerle. Gibt es doch nicht, ey. So ein Generat scheint wahrscheinlich saumäßig selten zu sein. Ich hatte einfach nur schon total Glück, zweimal eins gefunden zu haben. Ich habe es im ersten Moment wirklich gedacht, da steht noch so eine blöde Baulampe dahinter. Na egal, dann können wir bald richtig schön ausleuchten. Ich finde es doof, dass man keine Kabel legen kann, weil man hat ja sogar extra Kabel. Das wäre ja cool, wenn man die so vom Generator quasi verlegen müsste und dann, anstatt einfach nur so einen Radius zu haben, dann hätte ich mir nämlich so eine Straße so gebaut mit dem Bauleuchten, die halt so beleuchtet sind, so eine Einfahrt quasi, weißt du? Wäre ja auch mal so eine Idee gewesen. So. Bevor du einmal rumknusperst, Dicker, ne? Kennst du die Axt noch? Ja, die habe ich vorhin aus deiner Wohnung geklaut. Unckel Feuerwehr Renewal. Zwei Barrettes, die können da bleiben, wo sie sind. Die will ja keiner haben. Ich höre überall diese blöden Zombies kläffen, ey. Liegt denn da eigentlich auf der Straße? Wahrscheinlich wieder so etwas, was ein Zombie verloren hat. Dressing. Einfach mal so. Hin auf die Straße. Wie die Camp Tuner, letztes Mal, weißt du noch? Ein Vorschlaghammer. Ein Travelpack war gar nicht so schlecht, aber möchte ich jetzt gerade tatsächlich nicht haben. Kannister nehmen wir mal mit. Oh, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich habe gerade ein bisschen was angelockt. Verstehe ich gar nicht. ich weiß gar nicht ob die Opfer sinnvolles trocken wahrscheinlich sowieso nicht sondern immer nur den hinterletzten Müll den keiner haben will wie zum Beispiel Thunfisch in Dosen oder so was hier ist schon mal nichts drin die Bude hatten wir schon durchsucht ich glaube ja da stehen ja noch mehr manometer hier hat es aber auch wirklich man könnte fast meinen dass jeder Einwohner hier zum Zombie geworden wäre aber ja auch schon irgendwie Quatsch oder wenn wirklich alle so naja eigentlich nicht aber egal da drüben liegen noch zwei rum die lassen wir da erstmal liegen bei Mechaniker gab es glaube ich sowieso immer nur solche kitchen knife brauchen wir nicht apple juice mögen wir nehmen wir zweimal mit moldy 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 nicht moldy nicht moldy moldy schön hat sich richtig gelohnt der Abstecher hier man könnte fast meinen die sachen die man hier gekriegt hätte die wären tausende von dollars wert mal gerade mal eben den Schwulettenchor ausgeräuchert wer auch immer dieses Feuerwehrauto eingeparkt hat der ist echt ein Zauberer gewesen auch so das muss reichen hauptsache mal ein bisschen bewegt damit der Motor nicht eingeht ich mag übrigens Apotheke in Apotheken gibt's was bist denn du ein Splint noch ein ich glaube eben jedes Ding ist für gebrochene Beine dort sorry nur spaze gut was können wir uns immer reinhauen eben dressing können wir uns mal eben dressing ist viel zu gut glaube ich apple juice apple juice geht immer nicht darum will ich nicht haben will ich nicht haben will ich nicht haben würde ich schon gerne haben wollen habe aber kein platz dafür dies ebay ducktape kann man mitnehmen haben wir schon im Inventar das nehmen wir gleich auch noch mit auf jeden Fall also nicht das moldy water sondern das andere Zeug erstmal alles zu essen rein stopfen was gerade geht denn wir haben Hunger 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 haben Hunger Hunger haben du hast nur noch ein paar Anziehklamotten die wir gleich erstmal verarbeiten werden wieso habe ich die Säge eingepackt ich wollte jetzt noch irgendetwas Dr. Pants auch schön ich ziehe aber lieber wieder die Army Fatiges an ich fand ja einmal hatte ich ja dieses Sniper Ding das fand ich eigentlich total geil aber das hat sich ja auch naja dann relativ schnell in Wohlgefallen aufgelöst ne weil ich weiß nicht mehr genau woran ich gestorben bin auf jeden Fall bin ich es und das fand ich nicht gut und meine Sachen waren weg und ähm naja mit diesen Worten sage ich auch mal wieder die Folge ist vorbei wir haben sie jetzt verkürzt es passt gerade relativ gut rein von daher danke fürs Zuschauen wenn es gefallen hat Däumchen nach oben nicht vergessen weiterempfehlen und auch übermorgen wieder dabei sein wenn es heißt Let's Play Antörn Tschüss